Vielleicht kennt ihr ja das Problem, wenn ihr eine Nepenthes daheim auf der Fensterbank habt. Nepenthes wachsen strauchartig, die seht ihr hier, also die wachsen ziemlich weit in die Länge, ein paar Meter können die durchaus erreichen, werden auch ziemlich unschön. Die war jetzt auch noch irgendwann an der Decke gequetscht, deswegen hat die hier oben auch keine Kanten mehr dran. Und hier wird es einfach höchste Zeit, dass die mal frisch gemacht wird. Da kommen ja hier auch im Pott schon kleine Ableger raus, dass wir die teilen. Und dieses ganze Stück, das müssen wir aber nicht wegwerfen, sondern da können wir superschöne Schnittlinge draus machen, also Stecklinge können die Pflanze so vermehren. Darum geht es heute, also Nepenthes umtopfen, Stecklinge schneiden und wir werden uns auch mal mit dem richtigen Substrat für Nepenthes auseinandersetzen. Viel Spaß mit dem Video! Ja und damit herzlich willkommen hier bei Green Jaws, ich bin Matze und wenn du dich auch für Nepenthes interessierst und andere Fleischfressen und Pflanzen, dann am besten jetzt direkt den Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren, damit du auch immer über die zukünftigen Videos informiert wirst. Und wie gesagt, wir wollen uns heute mit dem Thema Nepenthes auseinandersetzen. Wir werden jetzt aber nicht diesen hässlichen Stecken hier nehmen, sondern ich habe mal hier noch eine Nepenthes Gaia vorbereitet. Die habe ich schon mal rausgesucht, weil die ist in dieser Ampel hier drin und die möchte ich gerne aus der Ampel rausholen. Und die ist einfach schon schön verzweigt, hat hier viele Ansätze, da können wir also schön mit arbeiten, deswegen werden wir jetzt die Nepenthes Gaia hier nehmen. Und ihr seht es schon hier, die Kannen, die vertrocknen einfach mit der Zeit, werden unschön. Das ist ganz normal bei Nepenthes, das ist jetzt auch von Art zu Art ganz unterschiedlich. Manche, die heben wenige Wochen, andere heben monatelang. Aber es ist ein ganz normaler Prozess, dass die einfach absterben. Und wenn das bei euch soweit auch ist und in der Wohnung sieht es natürlich unschön aus, wenn man da diese schwarzen Dinger hat, dann könnt ihr die einfach abschneiden. Schneidet aber nur dieses Zentril hier vorne ab und das Blatt lasst ihr bitte dran, weil das Blatt kann ja weiterhin noch Photosynthese machen und sorgt so für mehr Energie für die Pflanze. Und dann einfach hier direkt am Blattansatz einfach geschwind abschneiden und so können wir hier einfach dieses alte Zeug ein bisschen entfernen und dann ist die Pflanze schon wieder schön. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns die mal aus der Ampel rausholen. Dann machen wir zuerst mal diese Halterung hier weg. Und ich empfehle euch auch auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran zu bleiben, weil wir haben ja heute auch wieder eine Pflanze der Woche. Seid gespannt, was es diese Woche sein wird. So, jetzt haben wir hier die Halterung weg und jetzt machen wir das ganz easy, dass wir das einfach umkippen und hier vorsichtig den Topf mal lösen. So, und dann sehen wir schon, ich mache mal die Blätter hier so ein bisschen zur Seite. Wir können also hier dieses schwarze, das sind die feinen Wurzeln von der Nepenthes, die hat also hier das Substrat schon richtig schön durchgewurzelt und den ganzen Topf eigentlich schön ausgefüllt. Und wir machen jetzt dieses alte Substrat hier ab, damit wir hier einfach nachher besser hinkommen an den Wurzelstock, an die Wachstumspunkte, die einzelnen, dass wir hier was sehen. Und dazu pulige ich das jetzt so ein bisschen ab. Vorsichtig, dass wir, wir werden es nicht vermeiden können, dass Wurzeln verletzt werden oder gar auch abbrechen, aber einfach ein bisschen vorsichtig rangehen. So, das ist also unser Exemplar hier, eins von den zwei, die wir hier rausgeholt haben. Ich wasche die jetzt hier, dass wir nachher einfach da besser sehen. Das macht es einfach viel einfacher im Video, was zu erklären. Und dann tun wir die einfach hier ein bisschen Wasser auswaschen. So, und jetzt kommen wir da nämlich schön an den Wurzelstock hin. Und wir sehen jetzt auch hier gleich, die Pflanze hat sich hier unten schon verzweigt und hier sind ganz viele kleine Pflanzenableger dran. Die wollen wir nachher auch wegmachen vereinzeln, weil wir wollen ja nicht nur umtopfen, wir wollen ja auch gleich vermehren. So, das war mal das Erste. Und dann nehmen wir hier noch die Zweite. Das macht jetzt übrigens auch gar nichts, wenn die Kannen hier so ein bisschen dreckig werden. Ach, guck mal, da hat sich schon einer abgelöst, sehe ich hier. Der schreit hier um Hilfe und schwimmt hier drinnen rum. Gleich mal zur Seite. Genau, also wenn die Kannen ein bisschen dreckig werden oder wenn auch die Flüssigkeit verloren geht, das ist gar nicht schlimm. Da können wir nachher einfach ein bisschen Regenwasser reinleeren, dann hält die Kanne auch wieder länger. So, und da haben wir auch viele einzelne Triebe, sehe ich hier schon. Die waschen wir jetzt auch vorher kurz ab. So, da wird es schon viel klarer, wunderbar. So, ja, die Pente sind halt immer ein bisschen unhandlich und verhaken sich auch immer gerne überall. Aber kriegt man alles hin. Und schaut mal hier, hier haben wir auch ganz viele Triebe, die hier aus einem so einen Wurzelstock rauskommen. Da können wir also schön teilen. Und die hat auch schon einen schönen Hochtrieb hier, wo wir auch ein paar Stecklinge machen können. Also, ideale Exemplare hier. So, und wir starten jetzt als erstes mal diese kleinen Dinger hier wegmachen. Und da können wir mal gucken, was wir wegbrechen können. Also, die hier sieht eigentlich ganz gut aus. Da gehen wir einfach ein bisschen hin mit den Fingern und brechen die dann so weg. So, ideal sogar mit Wurzeln dran. Also, das können wir so wieder ideal eintopfen und wächst dann gleich weiter. Jetzt sind hier noch viele kleinere. Da hat sich sogar eins abgelöst. Das ist noch mini klein. Und die da würde ich jetzt gerne auch noch wegbrechen. Da ist nochmal ein kleineres. Und, also man könnte hier auch schneiden. Aber ich versuche jetzt mit brechen. Die hat jetzt keine Wurzeln, wie ihr seht. Ist aber gar nicht schlimm. Die topfen wir ganz normal ein. Und die wird dann innerhalb weniger Wochen auch die ersten Wurzeln bilden. So, und jetzt haben wir hier diesen großen Stock. Der hat auch schön Wurzeln dran. Und Nepenthes können übrigens auch super lange Wurzeln entwickeln. Und ihr seht es hier. Die sehen also schönes, gesundes Wurzelwachstum. Hier sind nochmal zwei kleine Neuaustriebe. Die lassen wir aber dran. Weil dann haben wir da nachher gleich wieder eine schöne, buschige Pflanze. Mal schauen, ob wir da nachher ein Steckling schneiden. Die legen wir erstmal auf die Seite. Und das gleiche Spiel haben wir jetzt hier auch nochmal bei der größeren. Da haben wir hier unten auch wieder. Also, ihr könnt auch gerne erstmal dieses braune Zeug hier, diese alten Blätter, ein bisschen rausschneiden. Dann sieht man da wieder ein bisschen besser hin. Aber die ist ja eigentlich ganz gut gepflegt hier. Also, je nachdem wie eure Pflanze aussieht. Macht das ein bisschen frei, dann seht ihr einfach ein bisschen mehr. So, und jetzt haben wir hier auch einzelne Punkte. Da kann ich auch schon mal schön abbrechen. Da gehe ich einfach mal ran. Und dann haben wir mal einen kleinen Bruch. Und haben hier auch wieder ein paar Wurzeln dran. So, fette Ausbeute. Das ist unsere große. Da schneiden wir auf jeden Fall ein Steckling von. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch gleich. Und ich fange jetzt schon mal an. Also, bei einem Steckling ist immer wichtig, dass man die Blätter einkürzt. Weil die Pflanze verdunstet ja ziemlich viel Wasser über die Blattoberfläche. Und wenn wir da jetzt ein Steckling schneiden, hat er ja erstmal keine Wurzeln. Das heißt, er kann Wasser oder Feuchtigkeit nicht so gut aufnehmen. Und würde aber über diese große Blattmasse viel Wasser verdunsten, das er gar nicht aufnehmen kann. Das heißt, er würde mittelfristig vielleicht vertrocknen. Und um dem vorzubeugen, werden die Blätter auf so ein Drittel etwa eingekürzt. Das heißt, wir setzen hier die Schere an und schneiden einfach mal durch. Und das machen wir jetzt so bei den ganzen oberen Blättern hier, die wir ja dann eben zum Steckling verarbeiten wollen. Das nehmen wir auch noch mit. Das ist halt immer schade, weil da die schönsten Kannen dran hocken jetzt. So, und dann schneide ich das erstmal ein bisschen aus. Kürze das ein. Ich glaube, daneben kriegt man auch zwei Stecklinge raus. So, und jetzt sehen wir nämlich gleich viel, viel mehr und können hier viel schöner mitarbeiten. Denn das waren da geschwindet im Müll. Zack, 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 bloß keine Pflanze erwischen. Das ist halt immer echt schade, weil das waren jetzt die schönsten Kanten, die wir hier abgeschnitten haben. Die kommen wieder nach und werden auch wieder schön werden. Und jetzt seht ihr schon mal hier, guckt mal hier, das sieht man es ja schon ganz schön. Huch, dann lösen sich schon die kleinen Pflanzen ab. Hier, das kleine hier, sind quasi neue Triebe, die entstehen hier. Und das sind jetzt quasi immer die schlafenden Augen. Also, hier sieht man es vielleicht ganz schön. Moment, ich nehme mal hier die Konzette, da kann ich es euch besser zeigen. Also, das ist ja die Blattachse. Also, Blattachse ist hier, das ist das Blatt. Und der Abstand zwischen den Blättern, das sieht man hier sehr schön, also dieser Abstand hier, das wird als Internodie bezeichnet. Also ist der Abstand zwischen zwei Blättern, heißt Internodie. Und der wird jetzt, wenn die Nependys nach oben wachsen, immer größer. Also wir sehen hier so, das sind ungefähr so, ja, ob man jetzt hier oder hier misst, so, ich sage mal so zwei Zentimeter ungefähr. Und wenn die Nependys jetzt nach oben wächst, dann werden diese Abstände immer größer. Teilweise nachher zehn Zentimeter Abstand. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir ein Steckling schneiden, sollte man immer mindestens zwei Internodien haben. Besser sind eigentlich drei. Und ihr seht jetzt hier dieses schlafende Auge, was ich euch nochmal zeigen wollte, genau. Also, das ist dieser kleine winzige Punkt hier an der Blattachse. Und dieses schlafende Auge, das ist einfach so ein Schutz für die Pflanze. Falls irgendwas passiert, also falls sie zum Beispiel abbricht, weil da jetzt, sage ich mal, irgendein Elefant draufkommt im Dschungel, dann wird die Pflanze verletzt. Und diese Verletzung sorgt dafür, dass dieses kleine Auge hier austreibt, wie wir es hier unten eben so schön sehen, also hier, und da dann eben ein neuer Trieb entsteht. Und wir können jetzt aber so eine Verletzung künstlich erzeugen, indem wir hier einfach dieses Stückchen runterschneiden und da eben unsere Stecklinge drausschneiden, ist für die Pflanze die Verletzung. Und dadurch reizen wir die eben, dass die hier an diesen Stellen austreibt. Okay, so, und jetzt habe ich gerade schon gesagt, wir brauchen immer mindestens zwei Intonodien. Besser sind drei, ist auch immer ein bisschen abhängig davon, wie groß die Intonodien sind. Die sind jetzt hier noch sehr kompakt zusammen, also hier unten sieht man es, da sind die Abstände sehr, sehr klein. Hier oben sind sie schon ein bisschen größer. Und ich würde jetzt sagen, wir schneiden ein Kopfsteckling und nehmen einfach mal mit. Also hier wäre quasi, das öffnet sich gerade, das zählt noch dazu. Eins, zwei, drei, und dann schneiden wir hier jetzt. So, das ist unser erster Steckling. Und weil wir den ja nachher in die Erde stecken, werde ich dieses Blatt hier nochmal ein bisschen einkürzen. Schneide es hier noch ein bisschen aus. So, und das ist unser Kopfsteckling. Kopfsteckling gibt es halt immer nur einen, weil die Pflanze ja nur einen Kopf nach oben hat oder jeder Strang hat ja nur einen Kopf. Und das Schöne bei dem Kopfsteckling ist, der wächst halt jetzt hier gleich weiter. Also der muss nicht erst nochmal irgendwie austreiben und dann einen neuen Wachstumspunkt bilden, sondern der wächst jetzt hier gleich weiter und der kommt nachher in die Erde. Und jetzt haben wir aber noch dieses Gebilde hier. Und da schneiden wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten Steckling. Und jetzt können wir hier wieder zählen. Eins, zwei, drei. Das wäre also hier der Schnitt. Ist mir aber ein bisschen zu kurz, weil die Internodien hier einfach noch nicht so groß sind. Deswegen gehe ich hier nochmal ein bisschen tiefer runter. Und zwar nach hier. Moment, ich schneide das mal weg, dann sehen wir da. So, die treiben ja eh schon aus. So, und jetzt würde ich quasi hier schneiden, aber weil das ja hier schon austreibt, ich hoffe, das seht ihr jetzt, schneide ich hier direkt über dem Ansatz drüber, weil, ups, feste Zeit. So, und jetzt haben wir ja hier dieses Wurzelstück, das hier unten austreibt und hier in den ganzen schlafenden Augen auch schon angeregt wurde. Und wenn wir das jetzt eintopfen, haben wir nachher gleich eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte, die ja schon austreiben. Das heißt, wir haben innerhalb kürzester Zeit wieder eine kleine buschige Pflanze, die dann auch wieder schöne Kannen machen kann. Und den wollen wir jetzt auch noch schneiden. Und ihr seht, da kommen auch schon die Internodien durch. Aber da schneiden wir dieses Blatt auch nochmal aus, das unterste. Und das hier auch nochmal. So sieht es jetzt aus. Also das sind unsere zwei Stecklinge, mit denen wir arbeiten. Das ist unser Wurzelstock mit schon Neuaustrieben. Also das sind einmal diese drei. Die legen wir mal zur Seite. Da gucken wir mal, dass wir den Müll kurz entsorgen, dass wir hier wieder Platz kriegen. Was wir hier noch so haben. Also die tun wir eh ganz normal eintopfen. Ja. Vielleicht. Na, das lassen wir mal zusammen, dann haben wir gleich eine größere Pflanze. Ich glaube, ihr habt es ja schon verstanden, wie es geht jetzt. Also das ist unsere Ausbeute, was wir jetzt alles aus dieser einzelnen Ampel hier rausgeholt haben. Das sieht doch schon prima aus. So, bevor wir die Pflanzen jetzt gleich in den Topf reinhauen, möchte ich geschwind mal noch aufs richtige Nependissubstrat eingehen. Ihr seht schon, was ich hier habe. Das ist eine ziemlich lockere Mischung. Viel Perlite ist da drin. Da ist auch ein bisschen Pinienrinde mit drin. Und ansonsten einfach Torf und Sand auch noch. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr lockere Mischung. Und ich war jetzt auch schon des Öfteren in Südostasien unterwegs. Ihr kennt wahrscheinlich auch die ganzen Reiseberichte, wo es eben zu den Nependiss-Standorten geht. Und habe schon sehr, sehr viele Nependiss in der Natur gesehen. Die letzten zehn Jahre schon. Ich habe da natürlich die unterschiedlichsten Standorte gesehen. Und es kommt immer sehr oft die Nependiss an. Also die können jetzt wirklich irgendwie epiphytisch wachsen. Das heißt, sie sitzen irgendwo auf dem Baum. Und die Bäume, müsst ihr euch vorstellen, also der Baum selber hat ja die Rinde als Außeneinheit. Und da ist da ein bisschen Moos drauf, ein bisschen Flechten, ein bisschen Farne. Und da gehen auch die Nependiss-Wurzeln durch, wenn die so epiphytisch als Aufsitzerpflanze wachsen. Da haben wir halt wieder den Aspekt von Rinde. Und Moos ist auch dieses Torfige wieder, wo wir einfach eine sehr lockere Mischung haben. Andere Nependiss wachsen auf schweren Lehmböden. Wenn ich da zum Beispiel an den Mount Kinabalu denke, mit Nependiss Vilosa, Nependiss Ratscha, das sind ganz, ganz schwere Lehmböden. Sowas würde ich aber eher gar nicht empfehlen, das in den Kulturen nachzumachen. Also jetzt einfach ein bisschen Lehm in den Topf rein. Das kann man nur sehr schwer kontrollieren. Da haben sich zum Beispiel diese Bonsai-Substrate, Akadama und Co. auch sehr gut bewährt. Da gehen wir aber nachher am Ende nochmal drauf ein. Und andere Tiefländer zum Beispiel, die wachsen so im humosen Untergrund vom Regenwald. Da haben wir also viel Laub, so ein bisschen Humusschicht, bisschen Moos auch, teilweise auch Sphagnummoos. Und ist eben so eine humose Schicht. Und jetzt fließt eben hier diese Erfahrung ein, dass wir eben auch dieses Nependiss-Substrat hier entwickelt haben, darauf hin, dass wir einfach diese Rinde drin haben, wo wir die Epiphyten so ein bisschen bedienen. Einfach die Perlite, dass es schön locker ist und die Feuchtigkeit auch speichert. Und ein bisschen Torf und Sand. Da haben wir eben alle Aspekte vereint. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Mischung. Die verwende ich auch schon seit sehr vielen Jahren auch schon. Und habe eigentlich nur gute Erfahrungen damit gemacht. Die wird man übrigens auch im Shop anbieten. Also wenn ihr da Interesse habt, guckt gerne mal im Shop vorbei. Da könnt ihr die auch erwerben. Das mal zum Sustrat. Und jetzt wollen wir da unseren Nependiss reinmachen. Ich nehme einfach mal diesen Wurzelstrunk als erstes. Und da würde ich es auch so machen. Erst mal ein bisschen Erde hier einfach in den Topf rein. Und jetzt setzen wir den so rein. Also bitte nicht erst den Topf füllen, Loch rein und dann die Pflanze irgendwie versuchen reinzudrücken. Sondern geht wirklich so vor. Ein bisschen Erde rein, dann die Pflanze rein. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Erde oben drauf schütten. Jetzt klopfen wir leicht, dass sich das Ganze so ein bisschen setzt. Und jetzt machen wir auch wieder ein bisschen Osmocot mit rein. Aber wirklich nur so ein paar kleine Kügelchen. Langzeitdünger für sechs Monate hilft der ungefähr. Dass er einfach so ein bisschen schneller hochkommt. Ein bisschen Stabmotivation würde ich mal sagen. Und dann hauen wir das nochmal voll ins hier. Und nochmal schön klopfen. Das war jetzt unser Wurzelstrunk. Der wird aber, weil ja schon die kleinen dranhängen, eh demnächst austreiben. Jetzt nehmen wir vielleicht mal hier so ein Teil, wo keine Wurzeln dran sind. Aber da gehen wir genauso vor. Also einfach wieder ein bisschen Erde unten rein. Können wir sogar halb auffüllen. Machen wir hier auch ein bisschen Osmocot mit rein. Und dann nehmen wir die Pflanze jetzt. Biegen wir die Blätter hier. Die nehme ich immer so. Ich fahre da mit zwei Fingern quasi drunter. Streife die Blätter so nach oben. Und habe die dann einfach oben alle schön zusammen. Und jetzt kann ich den Strunk hier so ein bisschen reinsetzen. Und fülle drumherum auch wieder mit Erde auf. So. Dann klopfen wir das kurz mal. Und lassen die Blätter los. Können jetzt hier noch ein bisschen leicht andrücken. Nochmal nachklopfen. Und dann haben wir die Pflanze auch schon schön drinnen. Und die hat ja jetzt keine Wurzeln, aber das macht gar nichts. Wir halten es natürlich schön feucht. Wir sprühen jetzt natürlich auch wieder. Und dann hat die Oberfläche einfach ein bisschen Feuchtigkeit. Das drückt das Ganze so ganz leicht nach unten. Das heißt, dadurch saugt sich das Substrat schneller mit Wasser voll. Und dann kann man es die ersten Tage auch eigentlich so ein bisschen ins Wasser stellen. Also einfach den Topf nehmen, den Untersetzer rein und da ruhig so ein, zwei Zentimeter Wasser drin stehen lassen. Damit sich die Erde mal komplett vollsaugt mit dem Wasser. Und hier eben die entsprechende Feuchtigkeit für die Pflanze bereitstellt. Zur Kultur von Dependis haben wir ja schon einige Videos gemacht. Schaut euch am besten das an, wo sie auf der Fensterbank bei meinen Eltern noch stehen. Ich verlinke es euch mal da oben. Da gibt es ganz, ganz viele Kulturtipps. Und wie man es auch daheim auf der Fensterbank wunderbar kultivieren kann. Dass sie auch im Winter sogar Kannen machen. Genau, also das werden mal die zwei Pflanzen eingetopft. Jetzt wollen wir uns noch den Stecklingen widmen. Ich mache mal ein bisschen Platz. Mit den Stecklingen haben wir jetzt grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten zu verfahren. Ich nehme jetzt auch hier einfach mal für diesen Kopfsteckling. Den können wir eigentlich analog den anderen Sachen eintopfen. Da machen wir auch ein bisschen Erde rein machen. Ein bisschen Dünger minimal rein. Und jetzt fülle ich das hier ganz auf. Erstmal wieder klopfen, ganz wichtig. Das machen wir hier einfach ein kleines Loch rein. Und da machen wir es jetzt wirklich so, weil der hat ja keine Wurzeln. Da können wir es jetzt einfach so ganz easy in die Erde reinstecken. Ein bisschen andrücken. Nochmal ein bisschen klopfen. Sprühen, ganz, ganz wichtig wieder. Dass ihr auch das Substrat so ein bisschen um die Pflanze anschmiegt. Und es einfach gleich eine bessere Verbindung im Topf hat. So, und den anderen Steckling kann man auch so machen. Aber ich zeige euch mal noch eine andere Methode. Wenn man jetzt zum Beispiel viel Sphagnum über hat, kann man hier auch einfach ein bisschen Sphagnum in den Topf rein machen. Und dann hier unten auch um die Pflanze so ein bisschen Sphagnum. So, das brauchen wir auch alles. Und dann kann man die hier so auch schön in lockeres Substrat rein machen. Das ist halt immer ganz wichtig, dass es schön locker luftig ist, damit der Steckling nachher nicht weggammelt. Das Moos wird jetzt weiter wachsen und die Pflanze kann hier einfach Wurzeln bilden. Da sprühen wir auch schon mal ein bisschen drüber, dass sich das Moos schon mal so ein bisschen vollsaugt und ein bisschen mehr, ein bisschen enger um die Pflanze herum haftet. So, das sind jetzt unsere Stecklinge. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, die weiter zu behandeln. Also, man kann die zum Beispiel in so eine Tüte hier rein tun. Das habe ich euch schon mal in einem Fernsehbeitrag beim SWR Kaffee oder Tee gezeigt. Ich blende es euch mal oben ein. Das ist jetzt schon ein paar Wochen, ein paar Monate ist sogar schon her. Ich habe, muss ehrlich sagen, seitdem da gar nicht viel gemacht. Ich glaube, ab und zu mal ein bisschen Wasser reingespritzt, aber sonst gar nichts. Den holen wir jetzt einfach mal raus und schauen mal, wie weit der ist. Das war ein Independence Ventrata. Steht hier auf dem Schild drauf. Und das waren die zwei, die wir hier damals reingesteckt haben. Da hatten wir auch einen Kopfsteckling, der hier weiter wächst. Und das war auch so ein Steckling, wie wir es hier unten hatten, der hier auch schon austreibt. Und ich will jetzt aber mal gucken, ob der auch schon Wurzeln hat. Deswegen holen wir das nochmal aus dem Topf raus. Ganz vorsichtig. Und jetzt sehen wir hier, bei dem Kopfsteckling, kommt hier gerade die allererste Wurzel, die aber doch mini klein ist. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen hier. Das ist dieses kleine Ding hier. Jetzt gucken wir auch mal bei dem anderen nach. Also, ich sage gleich dazu, das kann Monate dauern. Das kann sechs, sieben Monate, ein Jahr teilweise dauern, bis da manchmal Wurzeln kommen. Und hier, ja, man sieht nun, ja, doch, da kommt auch so ein bisschen was raus. Hier ganz, ganz bisschen kommt hier raus. Aber es ist noch nicht sehr weit vorangeschritten. Aber jetzt habe ich die schon rausgeholt. Die topfe ich gleich nochmal neu ein. Macht ja auch in einen anderen Topf rein. Nur mal zum zeigen, also, die treiben zwar oben aus, aber es dauert halt echt sehr, sehr lange, bis da auch richtig Wurzelmasse dran ist. Also, rechnet so bis zu einem Jahr mit. Es gibt noch eine andere Methode. Man kann die auch einfach in ein Wasserglas stellen. Wenn man jetzt, das ist jetzt ein bisschen größerer, und den einfach in ein Glas mit Wasser rein. Wichtig ist, nehmt auch hier am besten Regenwasser. Und das Wasser muss man aber einmal die Woche wechseln. Also, diese Wassermethode, die funktioniert sehr, sehr gut mit so schnellwüchsigen Hybriden. Die funktionieren alle gut im Wasser. Wenn man jetzt anspruchsvoll, also ich sage mal, je anspruchsvoller die Dependence ist, desto schwieriger ist es auch, die als Steckling zu vermehren. Bei anspruchsvoller würde ich auf jeden Fall die Swagno-Methode wählen. Und jetzt können wir natürlich auch, ich nehme mal hier eine frische Tüte, können wir wieder das Gleiche machen. Also entweder, wir können jetzt unsere Stecklinge, weil die ja hohe Luftfeuchte brauchen, können wir jetzt zum Beispiel in so eine Tüte reinsetzen. Ich glaube, der Topf, die Größe passt nicht rein. Dann nehmen wir diese hier. So, machen da auf jeden Fall auch gut Feuchtigkeit rein. Weil Dependence mögen ja hohe Luftfeuchte. Und gerade jetzt, weil die auch noch keine Wurzeln haben, dürfen die ruhig ein bisschen feuchter stehen und dann eben auch eine hohe Luftfeuchte haben. Jetzt machen wir die Tüte zu. Und das Ganze stellen wir jetzt irgendwo hell auf, gerne auf die Fensterbank, irgendwie so Ostseite, wo es einfach hell ist oder vielleicht habt ihr ein Terrarium. Oder, also Terrarium geht auch. Oder manche haben ja auch so ein Mini-Gewächshaus daheim. Da kann man die Stecklinge natürlich auch schön reinstellen. Haltet es feucht, macht den Deckel drauf. Anfangs würde ich ihn vielleicht komplett zulassen und dann immer mal ein bisschen mehr aufmachen, dass ein bisschen mehr Luftaustausch ist. Aber da kann man jetzt hier einfach zum Beispiel einen Stift drunter klemmen, was einfach ein bisschen mehr Durchlüftung ist. So, das war es zum Thema Stecklinge. Hier könnte ich euch noch einen zeigen. Der ist auch schon erfolgreich angegangen. Also da kommen hier auch schon die Neuaustriebe. Und auch hier oben sieht man es wunderschön an diesem braunen. Da kommen jetzt hier so ein paar grüne Zipfel heraus, wo der eben durchaus wieder austreibt. Also auch aus dem braunen, toten Material sind natürlich auch alles die schlafenden Augen, die auch wieder regeneriert werden können. Wenn man jetzt aus so einem alten Strunk Stecklinge schneidet, das schon verholzt ist, das geht auch, dauert aber viel, viel, viel länger, bis da irgendwo was Grünes mal rauskommt. Und die Erfolgsquote ist nicht so hoch, wie wenn man aus dem grünen Teil was schneidet. Also kann man machen, aber dauert viel länger. Bitte gebt der Pflanze dann auch entsprechend Zeit und seid nicht ungeduldig. Das war jetzt mal eigentlich alles so zum Thema Stecklinge. Es gehen nicht immer alle an. Also wenn ihr 10 macht, dann gehen vielleicht 7, 8 an. Das ist so meine Quote, meine Erfahrung. Nicht enttäuscht sein, wenn ein paar auch kaputt gehen. Aber probiert es gerne mal aus, es ist total einfach. Und jetzt habe ich ja gesagt, wir wollen mal noch geschwind auf alternative Substrate gucken. Weil es gibt ja viele Möglichkeiten, ich habe es vorher schon mal gesagt, Akadama aus der Bonsai-Welt. Ich baue hier mal kurz um und dann gucken wir da nochmal geschwind drüber. Ja, Thema alternative Substrate wird ja immer wichtiger, um einfach ein bisschen Torf einzusparen und auch mal zu schauen, vielleicht wachsen ja die Pflanzen jetzt nicht unbedingt nur Nepenthes, auch andere kann man ja in nicht torfigen Substraten viel besser und hat man da viel bessere Zucht- oder Kulturerfolge. Und so ist es eben auch bei Nepenthes. Also Pinienrinde haben wir ja vorher schon mal gehört. Ideale Beimischung, weil die einfach für die Epiphyten diesen super Charakter gibt und eben für epiphytische Nepenthes super geeignet ist. Deswegen die auch bei uns im Nepenthes-Substrat drin. Dann möchte ich euch hier mal noch ein bisschen was aus der Kokosnuss vorstellen, weil es auch eine super Resteverwertung ist. Die Kokosnuss wird gegessen, aber um die Kokosnuss herum hat man ja noch so eine feine Schale drumherum. Also die Nuss, wie ihr sie kennt, wie man sie bei uns kauft, dieses harte Holz, da sitzt eigentlich noch so eine faserige Schale außenrum. Und also hier sieht man so ein bisschen, das ist diese Außenhaut. Dann haben wir hier die Faser und hier innen wäre dann erst die eigentliche Nuss. Und dieses faserige Zeug eignet sich eigentlich auch ziemlich gut als Beimischung. Vielleicht habt ihr auch das Video beim Stefan gesehen. Ich blende es euch auch gerne mal oben ein. Und der Stefan hat auch sehr, sehr gute Erfolge mit Kokosnuss als Beimischung. Und sein Substrat besteht ja aus Phagnum, solchen Kokoschips und Perlite. Und da einfach eine sehr, sehr lockere Mischung. Und ich denke, seine Pflanzen sprechen eigentlich für die Kultur dafür. Deswegen das gerne auch mal ausprobieren. Wichtig bei allen Kokosprodukten, die sind sehr salzhaltig, weil die oft auch eben an Stränden gesammelt werden. Und dann enthalten die sehr viel Salz. Deswegen man muss die gut wässern und also ordentlich in Wasser einweichen. Und dann über mehrere Tage immer mal das Wasser wechseln. Und das Wasser zieht dann nämlich die Salze hier aus der Schale raus. Und so kriegt man die Salze raus. Und dann kann man das eigentlich auch ganz gut als Substratbeimischung verwenden. Was anderes, was noch ein Kokosprodukt ist, ist hier, das ist jetzt so genannte Kokopiet. Also quasi Kokosdorf könnte man sagen. Ist aber letztendlich auch nur diese feine Schale gemahlen. Da haben wir so ein bisschen Faserstruktur noch mit drin. Und eben feineres Material. Saugt aber auch sehr gutes Wasser. Und kann man ruhig auch mal als Beimengung ausprobieren. Nicht unbedingt nur bei den Impendis, sondern auch bei anderen Camivoren. Ich bin da auch schon auf jeden Fall am Experimentieren. Und mal gucken, was wir da noch alles so in der Zukunft zusammenkriegen. Dann haben wir hier noch, habe ich vorher schon mal angesprochen, so Bonsai-Substrate. Hier haben wir Akadama, heißt das. Das ist so gebrannter Lehm. Hat eben die Eigenschaften, also wie gesagt, manche Dependis wachsen ja auf schweren Lehmböden. Wenn ich so, wie Losa, Ratscha sind das so die typischen Beispiele. Oder Philippinen, so Palavanensis, Attenburguri. Und da eignet sich eigentlich, da kenne ich auch einige Leute, die eben sehr gute Erfahrungen mit diesen Bonsai-Substraten haben. Weil die eben nicht einfach nur ein Lehmklumpen sind, sondern die bleiben halt strukturstabil. Und man hat hier jetzt ganz viele Zwischenräume zwischen den einzelnen Körnchen, wo eben viel Luft drin ist. Also auch eine super lockere Mischung. Man kann das Ganze, würde ich jetzt einfach noch ein bisschen mit Perlite aufmischen, damit man es einfach noch lockerer hat. Vielleicht auch nicht ganz so schwer ist. Hier haben wir noch ein weiteres Bonsai-Substrat, Kanuma. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Zeolit oder sowas mit drinnen. Und Kanuma ist eigentlich auch wieder so ein gebrannter, ich glaube auch so ein Lehm oder Ton irgendwas. Ist aber sauer. Also das hat einen pH-Wert von, ich glaube, zwischen 5 und 6 ungefähr. Also durchaus auch mal interessant für andere Karnivoren in der Verwendung. Und ich werde auf jeden Fall ein bisschen damit rumexperimentieren. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg für die Zukunft. Ihr dürft es gerne auch machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit dem Daumen nach oben. Schreibt mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare rein. Gerade zweck so verschiedenen Substraten. Würde mich das sehr interessieren zu den verschiedenen Dependence, wie ihr es daheim so macht. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann natürlich jetzt unbedingt den Abonnieren-Button drücken. Und auch die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft alle Videos mitkriegt. Und wir sehen uns dann bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Matze. 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 Untertitelung des ZDF, 2020